Der Seerosenteich. Am Anfang, zu Beginn unseres Lebens, sitzen wir alle in einem Seerosenteich. Der Storch kommt geflogen und trägt jeden von uns fort, alle an einen anderen Ort. Dem einen geht's gut, dem anderen geht's schlecht. Der eine bleibt arm, der andere wird reich. Doch so mancher von ihnen wünscht sich zurück in seinen Teich.